Glück auf Schalke und herzlich willkommen zum Real Talk nach unserem Spiel gegen Hansa Rostock, welches ja am Samstagmittag mit 3 zu 2 verloren gegangen ist. Ja, wir reden drüber, über dieses komische Spiel, was es irgendwie war am Ende, ein extrem torreiches Spiel mit Emotionen, die mal gut waren, mal schlecht waren und am Ende auch zu Recht schlecht, weil man eben verloren hat, gegen den Aufsteiger aus dem Hohen Norden. Und natürlich ist Gesprächsbedarf da, aber ich muss sagen, auch einen Tag danach fällt es mir durchaus schwer, das Spiel in Worte zu fassen, irgendwie zu analysieren, was genau das Problem war, was man besser machen muss und was man vielleicht jetzt tun muss. Uff, also es ist echt irgendwie, also ja, gut, wir gehen mal chronologisch den ganzen Tag durch. Es war ja ein Spiel ohne Thomas Ovian, das zum ersten Mal in der zweiten Liga, Fragezeichen, weiß ich nicht, ich glaube schon, sprich, Vorzeichen waren dadurch nicht ganz so toll, aber natürlich wusste man schon, Hansa Rostock, unangenehmes Team für mich, kluge Winnertransaktes getätigt, sind zwar im Abstiegskampf, aber zeigen für mich ganz gute Leistungen, wenn ich mir auf die Spiele zuletzt angucke, unter anderem auch, habe ich sie noch gut im Kopf gegen Werder Bremen verloren, ja, aber trotzdem gut gekämpft, deswegen dachte ich schon, es wird ein harter Kampf, trotzdem habe ich uns irgendwie bewusst auch stärker gesehen, ich habe ja auch 3 ins Gedipp gehabt und sie hat irgendwie ein gutes Gefühl für das Spiel, auch oder trotz, dass Ovian nicht mit dabei war. Ich war durchaus überrascht, dass Gramozis Czalanuklu die Chance gegeben hat, ich fand es toll, ich fand es gut, weil ich immer noch glaube, dass Kerem Czalanuklu ein großes Talent ist auf der Linksseite der Position, er hätte seine Chance bekommen und für mich in Summe diese auch genutzt. Ansonsten, von der ersten Elf war ich echt positiv gestimmt, Matriciani hat rechts eine Chance bekommen, nach der Sitz zwei guten Joker einsetzen und eine Doppelacht mit Salazar und Shulinov, genau das hatte ich ja schon mal angerissen, dass ich mir eigentlich die beiden mal wünschen würde, dass die beiden glaube ich mal echt ganz gut harmonieren könnten im Mittelfeld und somit stand Rodrigo Salazar nach Sitz zwei, waren zwei Spiele, ich glaube schon zwei Spiele auf der Bank, mal wieder ersten Elf, was ja auch sehr, sehr viele Fans gefordert hatten. Also, an sich Rahmenbedingungen ganz gut, denn euer Sponsor wurde vorgestellt mit Viva West, den haben wir jetzt ins Boot geholt, offiziell auf jeden Fall eben auch geritzt und somit konnte man dann am Samstagmittag dieses Spiel beginnen gegen Ansar Rostock und ja, man hätte es vielleicht doch nicht lieber beginnen sollen. Also es war ein ganz, ganz komisches Spiel. Erste Hälfte für mich, ich war im Stadion, ich habe seitdem auch keine irgendwie Zusammenfassung mehr gesehen von irgendwelchen schrittigen Szenen oder sowas, deswegen, ich sehe das alles immer noch aus Sicht, eine Stadionzuschauer, aus der vielleicht auch alles nochmal etwas anders sieht oder schlechter sieht, sicherlich auch und deswegen erste Hälfte gefühlt für mich eine Halbzeit, klar mit vier Toren, mit zwei auf beiden Seiten, und vor allen Dingen auch hat sie sehr, sehr gut unsere Schwächen mal wieder aufgezeigt. Also, ich tue mich echt schwer, dieses Spiel zu bewerten. Also, ehrlich, es ist unglaublich schwierig für mich, da zu sagen, was war schlechter, was gut war, weil ich als Stadionbesucher, weiß ich nicht, also, es war komisch, es war einfach komisch. Gut, aber gehen wir mal kurz chronologisch die Partie durch. Also, erste Hälfte fand ich nicht gut, wir kamen überhaupt nicht rein in die Partie, hatte ich das Gefühl, wir hatten ja sonst zuletzt mal ein paar Spiele, wo wir zumindest die ersten zehn, zwölf Minuten gut drin waren, hatte ich gestern nicht das Gefühl, dass das so war. Wir waren irgendwie nicht da, warum auch immer und jetzt muss ich mal kurz gucken, Rostock ging ja dann nach 25 Minuten in Führung und das nach einem eigenen Eckball, nach einer Umschaltchance für Rostock. Boah, also, es erinnerte mich stark an die Heimspiele gegen Sandhausen und Darmstadt, da war ich auch vor Ort, da gab es auch Kontergegentore und auch das war gegen Rostock ja dreimal der Fall. Also, dass man sowas sich abstellt, ärgerlich, unnötig, ganz, ganz schwach verteidigt und dann gleichst du in der ersten Hälfte zweimal so eine Kondensation wieder aus, dank Simon Terodd, aber eben auch dank Chalanuklu, der jetzt zweimal eine Flanke reinbrachte, einmal Bülter verlängert, wie so oft, einmal Terodd sofort da, dann steht es 2-2, aber trotzdem hat für mich die erste Hälfte einfach gezeigt, dass offensiv oftmals der Mut auch einfach fehlt. Also, das fand ich sehr, sehr oft der Fall, die Abstimmung fehlt und leider Rodrigo Salazar ein Totalausfall war und der wurde auch in der 2-1-Hälfte relativ zügig ausgewechselt und das war auch vollkommen richtig so. Ich weiß, viele von euch mögen Rodrigo Salazar, ich auch, ich fand es trotzdem richtig, dass er letztlich gespielt hat und die, die ihn jetzt gefordert haben, sehen es hoffentlich auch mal ein, dass er eben aktuell, genauso wie leider seine anderen 6 Mittelfeldkollegen auf der 8, auf der 10 Probleme haben und genau das war auch mal wieder das Problem. Zweite Hälfte war es größtenteils echt Standfußball. Also, das war offensiv, sowas von ideenlos, sowas von mutlos, wenn ich an 10 denke, nach Einwürfen, ging jeder Spieler nach vorne, keiner hat sich angeboten, keiner wollte wirklich den Ball haben. Also, warum ist man so verunsichert? Warum? Das muss man gar nicht sein. Wir haben eine Top-Mannschaft, die in der 2. Liga um den Aufstieg mitspielen muss, das tun wir zwar irgendwie, aber die auch eigentlich im Aufstiegsrennen mitführen müsste normalerweise, vom Kader her. Und da frage ich mich, warum ist man so verunsichert? Gegen eine gute Rostocker-Mannschaft, das soll gar nicht despektiertig gegenüber Rostock klingen, die haben es gut gemacht mit dem, was sie mitbringen, die haben es top gemacht, für das, was sie taktisch machen wollten und für ein Auswärtsspiel bei einer großen Mannschaft. Aber wir haben uns unglaublich schwer getan, unglaublich mutlos, unglaublich ideenlos. Dann hat er auch Kramotzes offensiv gewechselt, nachdem wir ja dann 3-2 zurückstanden und dann fiel irgendwann das 3-3 durch. Natürlich Simon Terodde, 83. Minute war es und danach, danach war mal Feuer da. Zum ersten Mal noch von den Tribünen, ich fand die Stimmung von uns Schalkern nicht so geil, muss ich zugeben. Ich habe aber auch sehr, sehr nah am Auswärtsblock gesessen, vielleicht lag es auch daran, weil die haben eine Top-Stimmung gemacht, die Rostocker. Und nach dem 3-3, da war Stimmung in der Bude, da war Feuer in der Bude, da wollte die Mannschaft auch, da hat man auch mal Angriffe und Abschlüsse erzwungen. Ja, und dann hat man sich mal wieder einen Konter gefangen, sehr, sehr, oder was heißt ein Konter? Das war nach dem Abschluss von Kolke, sehr, sehr naiv verteidigt, dann fließt zu 4-3 so ein Spiel und das macht mich immer noch, man merkt es eigentlich ein bisschen sprachlos. Also ich, also gut, viele, ich will jetzt nicht sagen, besser wissen, aber viele Schalke-Fans sagen jetzt, Gramotzes muss raus, der Spieler ist scheiße, der muss raus. Ich gehöre da einfach nicht zu und ich sage nicht, der Trainer muss raus. Das sage ich aber auch bei jedem, bei ganz vielen anderen Mannschaften, nicht nur bei Schalke, weil irgendwie für viele vielleicht der Gramotzes-Fan, das bin ich nämlich nicht. Ich bin genauso Trainer, Kritiker wie bei anderen Vereinen, aber es ist mir einfach zu einfach, alles nur am Trainer festzumachen. Es ist mir einfach zu einfach. Also ich bin kein Fußballtrainer, ich bin kein professioneller Fußballspieler, ich bin einfach nur Fußballfan und trotzdem habe ich das Gefühl, dass mit dieser Mannschaft viel mehr drin sein müsste. Woran das dann liegt, keine Ahnung. Keine Ahnung, aber das Spiel gestern habe ich mal wieder etwas sprachlos gemacht. Jetzt sagen natürlich alle wieder, ja, wenn du das nicht gewinnst, dann kannst du auch nicht aufsteigen. Wenn du das nicht gewinnst, dann bist du auch im Aufstiegsrennen raus und jetzt ist der Aufstieg futsch. Ich habe mir die Tabelle, könnt ihr mir glauben oder nicht, ist mir wurscht, nicht angeguckt, weil ich sie mir die letzten Spieltage kaum angeguckt habe. Ich weiß nicht, wie viel Rückstand wir jetzt haben, auch bedingt durch Hamburg, Nürnberg, St. Pauli gestern, keine Ahnung, aber das kann man aufholen. Aber es muss auch was passieren. Und damit meine ich nicht, dass man automatischen Trainer entlassen muss. Das meinen viele andere von euch, könnt ihr auch gerne meinen, alles okay. Aber es muss irgendwie, weiß ich nicht, also noch einmal, ich bin kein Trainer, ich bin kein Spieler, was soll ich jetzt euch ihr vorbeten, was man ändern muss? Dafür bin ich der Falsche. Das müssen Schröder, Kramotzes und die Spieler besser wissen als ich. Ich bin Fan, der unzufrieden ist mit dem Ergebnis, mit dem Spiel. Es war nix. Es war wirklich nix. Und man muss vor allen Dingen auch mal die Probleme im Mittelfeld und der Abwehr in den Griff bekommen. Also auch unsere Abwehr. Also boah. Boah. Also ich kann jetzt wirklich nicht noch mehr über das Spiel reden. Nochmal Lob an die Rostocker. Also klar, viele Spieler von euch lagen nur auf dem Boden und haben ganz viel Zeit geschändet. Aber, jetzt das große Aber, das wird jeder so machen. Deswegen, okay, mir hat es nicht gefallen, ist glaube ich auch klar, aber ist okay. Das ist ein normaler Schachzug, wenn du halt einen Punkt oder in dem Falle dann am Ende drei Punkte mitnehmen willst. Deswegen, darüber muss man sich nicht aufregen. Schiri vielleicht auch nicht den besten Tag gehabt. Ja, aber, es war, es war nicht gut von uns. Es war nicht gut von uns. Ich denke mal, da sind wir uns alle einig, was man da auch jetzt für Schlüsse zieht. Das soll jeder für sich machen. Ich sage, man muss irgendwas anders machen in den nächsten Spielen. Was genau, weiß ich nicht. Dafür bin ich der Falsche. Ich bin dafür da, meine Meinung mit euch zu teilen, euch eine Plattform zu geben, auch eure Meinung zu teilen. Das könnt ihr gerne machen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Heute waren irgendwie ein anderer Real Talk, nicht so laut, nicht so diskussionswürdig, weil mir fällt nicht viel ein zu dem Spiel. Mir fällt wirklich nicht viel ein. Ich überlasse es lieber einem Besserwissern. Den fällt vielleicht etwas mehr ein als mir. Also, eure Meinung zum Spiel gerne mal in die Kommentare. Checkt auch gerne meinen Stadionvlog aus. Ich war ja vor Ort. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut. Ciao. Und Glück auf an alle Schalker. die Kommentare her Also, Titelvlog Vielen Dank.